Im Marketing spricht man mittlerweile vom Prosumer, also das ist der Konsument, der gleichzeitig produziert und insofern brauchen wir keine Teilnehmer mehr, im Englischen dann Participant, sondern wir brauchen eigentlich einen Proticipant, also der Teilnehmer, der selber Content produziert und so sollten wir unsere Konzepte auch machen. Und so ein Smartphone hat mittlerweile jeder und viele Unternehmen, die sagen auch, wir haben Tablets, wir haben die eingesetzt, wir haben Geld ausgegeben und das macht super Sinn. Und dann sollen die Leute schon sehen, wie sie das nutzen. Also wir haben, als das iPad auf den Markt kam, sehr schnell angefangen, damit zu arbeiten. Wir haben auch Apps produziert, wir haben viel Geld da versenkt, weil ich dachte, super, produzierendes Content, wollen alle haben, sind bereit, Geld dafür zu bezahlen. Da habe ich festgestellt, wir hatten tolle Downloads, als es kostenlos war und 60.000 Downloads und dann haben wir gesagt, wir hätten gerne 1,59 Euro dafür, da hatten wir nur noch sieben. Und auf diesem Stand ist es, glaube ich, geblieben. Also das hat nicht so funktioniert, aber wir haben sehr viel gelernt, wie man eigentlich mit solchen Tools umgeht. Und in vielen Unternehmen ist es so, Tablets wurden eingeführt, aber sie werden nicht richtig genutzt. Also wir haben aktuell die Phase, wo in vielen Unternehmen quasi ein Relaunch der Tablet-Nutzung stattfindet. Manchmal auch Systemwechsel. Man geht von Apple weg jetzt eher zu Samsung oder jetzt zu Microsoft oder so, weil man sagt, wir brauchen doch ein offenes System. Wichtig ist, man kann das auch trainieren, wie man mit einem Tablet umgeht, was man da macht. Also wir haben Kunden, große Unternehmen, Pharmabranche beispielsweise, wenn sie Leuten nicht zeigen, wie die das auspacken, dann gibt es Pharmareferenten seit 30 Jahren im Unternehmen. Denen hat man das selbstständige Denken fast abgewöhnt, weil die sollen halt immer nur das tun, was sie tun sollen und was man ihnen gesagt hat. Und dann haben die das gar nicht ausgepackt. Ja, die nutzen das nicht. Oder neulich saß ich in einem Meeting, da ging es darum, wie wird das denn eigentlich genutzt? Dann hat man gesagt, ja, also viele nutzen es schon, die machen privat alles Mögliche damit, aber im Gespräch mit dem Arzt nutzen sie es eigentlich nicht. Das liegt zum Beispiel daran, dass man gar nicht den Einsatz während des Gesprächs trainiert hat. Oder dass man Agenturen beauftragt hat, eine tolle App zu produzieren, auch von Menschen, die nie mit lebenden Kunden zu tun hatten. Und dann hat man so Anwendungen, die eigentlich gar nicht funktionieren, weil dann muss plötzlich jemand über Kopf das alles bedienen können. Man hat so feste Wege, wie ein Gespräch laufen soll an irgendeiner Stelle, öffnet sich dann ein Drei-Minuten-Video, das sie nicht anhalten können und so. Das ist alles irgendwie ungünstig. Da haben wir alle gemeinsam gelernt. Meine Botschaft an Sie, wenn Sie Tablets einsetzen, müssen Sie sich sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, was Sie damit eigentlich am Ende tun wollen. und Sie müssen die Leute ausbilden, einfach nur verteilen, funktioniert nicht. Es ist eine andere Gesprächssituation, es ist eine andere Anwendung und auch das kann man und sollte man trainieren.